Musik Hey, was geht ab meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich weiß, es ist schon wieder eine ganze Weile her, dass ein Video kam, aber heute ist das Video soweit. Ich habe euch gefragt, ihr habt gerade... ne, andersrum. Ihr habt die Fragen gestellt, ich werde jetzt darauf antworten, also viel Spaß. Ja, jetzt brauche ich natürlich auch die Fragen. Ich will ihn... Luan fragt auf Twitter, Bühnen oder Close-Up-Magic? Hm, Bühne? Oder Close-Up? Bühne, Close-Up, Bühne, Close-Up. Also ich weiß, es ist eine sehr schwere Frage. Für mich ist... ich finde beides sehr, sehr geil. Aber ich glaube, wo ich mich wohler fühle und was mir mehr Spaß macht, ist einfach die Bühne. Also ich glaube, die Bühnen-Zauberei ist das, wo ich einfach zu Hause bin, ja. Die Julia fragt, welche Videos von Julian Bam findest du persönlich am besten? Na ja, also ich mag das. Trotz der ganzen Anstrengung und dem ganzen Stress erleben wir ziemlich viel, wie zum Beispiel der freshe Magier, der ziemlich spontan erschienen ist. Jetzt rein optisch, welcher gefällt dir besser, der Rot oder der Runde? Der Rot oder der Runde? Ich mag das. Hallo? Der Nächste bitte? Der Nächste. Hallo? Wow! Hi, ich bin Alexander Straub und glaubt ihr an Magie? Nö. Das find ich nicht schlecht. Ja, und ich glaube, das ist auch eins meiner Favorites. Er hat nicht nur viele Preise gewonnen in verschiedenen Ländern, sondern er ist auch wirklich Weltmeister. Er hat in Hollywood den Weltmeistertitel errungen mit seiner Magie. Hold tight, we're up the moonlight, believe in the magic. Jasmin fragt, wenn du zwei Schritte nach rechts gehst, einen Schritt nach hinten, dann einmal hochspringen und dich dann neunmal im Kreis drehst, wo bist du dann? Zwei Schritte nach rechts. Von dir aus oder von mir aus? Ich geh einfach mal nach rechts hier von mir aus. Okay. Eins, zwei. So, jetzt einen Schritt nach hinten, hochspringen und... Und jetzt neunmal im Kreis drehen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, neun. Jetzt gelandet. Wann du? Max oder Maxi fragt, was war dein erster Zaubertrick überhaupt? Mein erster Zaubertrick, den habe ich euch schon mal gezeigt und zwar vor zwei Videos. Da könnt ihr mal reinschauen, ich packe es euch mal hier in die Infocard irgendwo, da oder da, ich weiß nicht genau. Aber da zeige ich euch auf jeden Fall meinen allerersten Zaubertrick, den ich gelernt habe und ich finde den immer noch cool. Emily fragt, ob ich ihren Kommentar hier ins Video zaubern kann. Und, äh, Emily... Ja, Freunde, so unendlich viele von euch haben mich gefragt, wann die nächste Show stattfindet, ob ich überhaupt noch mal so eine Show mache und wo die nächste Show stattfindet und wann die nächste Show stattfindet und so weiter und so fort. Ihr habt mich ja zugeschmissen mit Fragen über dieses Thema. Es ist auf jeden Fall so, dass es eine Show wieder geben wird, es wird mehrere Shows wieder geben, ich weiß ja nicht in welcher Form, ich weiß ja nicht wo, ich weiß ja nicht wann, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich nächstes Jahr auf Tour gehen werde, möchte, will, werden, tun, sein und so weiter und auf jeden Fall auch in die Nähe von euch kommen werde. Also, stay tuned, folgt mir auf jeden Fall auf meinen Kanälen, folgt mir hier auf YouTube, folgt mir auf Instagram, Twitter, da kriegt ihr auf jeden Fall als allererste mit, wann die Tour stattfindet, wie die Tour stattfindet oder ob einzelne Shows noch mal stattfinden. Also, ja, seid auf jeden Fall bereit und folgt mir überall. Ja, Freunde, das war es auch schon wieder mit dem Video für heute, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst ein Video einen Daumen nach oben da, wenn ihr neu seid, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, denn nächste Woche kommt ein richtig, richtig krasses Video, eines meiner absoluten Lieblingsvideos, das hier auf dem Kanal erscheint, ist schon über eine Woche Arbeit drin, kommt noch mal eine Woche Arbeit rein und dann kommt das nächste Woche hier auf diesen Kanal. Ich freue mich riesig, also seid auf jeden Fall alle dabei, abonniert den Kanal, damit ihr es nicht verpasst, folgt mir überall und dann würde ich einfach sagen, danke, alle, bis es zugeschaut haben, wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.